ok karte karte so ich muss hier irgendwo lang so jetzt muss ich einmal um die stadt so halb rumlaufen wie gesagt ich will da so hin glaube ich hier müsstet irgendwo sein laufen noch ein paar sklaven rum hier bin ich bei der arena die hätte ich theoretisch schneller lang laufen können gibt glaube ich schlimmere so da lang irgendwo noch mal genauer gucken nochmal der hat da die karte auf und da ist es hier da lang ok dann laufe ich einfach da hinten ist eine höhle die sehe ich gerade da hinten da laufe ich jetzt mein aber als ob ich da noch nicht war oder ich habe da einfach noch nicht gekillt wer weiß wer weiß hatte der tut hier eigentlich noch ein schmiede rohling bei sich von erz rohling nicht du nicht du nicht du doch hier mir siehe der tempel die schrecken wurden erweckt ja 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 ruhe nee und wir nicht schade ach jetzt habe ich nicht mal die dings mitgenommen warte mal wo wandert jetzt da oben er hatte da oben war das sprinten ja ja ich sag mal ich hätte den auch so finden können früher oder später aber ich kann hier nicht mal einfach so eine stunde in der wüste umherlaufen da reißt du mir doch im kopf ab wenn ich zwei folgen raushau wo ich nur durch die wüste lauf und nicht findet könnte hier sein ja noch mal gucken hallo nach guck mal willkommen merdarion hat uns schon viel über dich berichtet wir sind bereit für dich zu kämpfen entscheide ja ich werde wahrscheinlich gegen euch kämpfen wie kannst du mich noch ich kann mein wissen bla 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 über die jagd nö das wollte ich gar nicht okay 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 so zu dir wollte ich aber erst lese ich die steintafel hier kann ich nicht sehr gut dass du gekommen bist alles klar merdarion was machst du hier ich studiere die schriften des alten volkes was kann ich für dich tun du hast das artefakt gefunden sehr gut falls du saturas suchst er hat sein lager beim tempel von al-shedim aufgeschlagen äh das weiß ich tatsächlich schon hallo was denn das hier zack ähm jo erzähl mir von deinen studien du solltest dir altes wissen aneignen die alte magie ist eine mächtige waffe ich kann dir nur das geben was ich gefunden habe aber in den ruinen lebt der alte mesier er handelt mit alten artefakten ich habe den nomaden von dir erzählt als sie von deinen helden taten hörten konnte ich sie kaum bändigen wenn du vorhast morassul anzugreifen kannst du auf die hilfe der nomaden zählen sie wollen alle an deiner seite kämpfen okay sollte man ja hinkriegen äh der tempel von morassul ist geöffnet das war ja auch nicht zu übersehen die toten wandern über das land und machen alles was ihnen begegnet dem erdboden gleich wir müssen dem treiben ein ende bereiten was können wir tun die horden der toten werden angeführt von fünf und toten feldherren wenn diese fallen können wir das schlimmste verhindern lass uns die untoten aufmischen ja lass uns in die schlacht ziehen die feldherren des alten volkes gehören nicht in diese zeit ihre herrschaft ist schon lange vorbei folge mir okay ganz ruhig hab ich nicht zwei davon sogar schon gekillt wollte mal ganz kurz hier reingucken okay na gut dann ziehen wir jetzt mit ihm alleine los und können ihn dann alleine umlegen wenn wir fertig sind das passt ja ganz gut dann sonst noch irgendeine quest gegeben ich glaube nicht ne folge medaarion beseitige genau danach wird er daran glauben müssen jawohl jaja jaja in faring oben können wir dann nochmal in der arena kämpfen im hoers wir haben wir schon lange gewonnen gehabt da steht eine truhe weiß ich schon mal Ich fahre schon mal, alles klar. A, guck mal. Cack. So. Cack, cack. Aua, ist gut, ist gut. So, du auch. Sprinten. So. Wenn du das sagst, dann ist das wohl so. So, weiter. So, ich glaub, das war der dritte Feld hier, kann das sein. Da ist noch ein Skelett, da ist noch ein Zombie. Alles nur los, warum stehst du? Warte. Alles in Ordnung? Klar. Bleib dicht hinter mir. Wir müssen sie alle erwischen. Ja, dann geh doch. Junge. Hier sind schon wieder ein paar weitere. So. Armselige Kreatur. Glaubst du zu schreien und geh lieber? So. So. Mal ein kleines Teiltrinkchen trinken. Schwert wieder raus. Mal zwischendurch speichern. Nicht vergessen. Wär, glaub ich, wieder ganz schön schief gegangen, wenn jetzt irgendwas passiert wäre. So, hier vorne hatte ich ja schon mal gegen welche gekämpft. Ja, da liegen sie auch noch alle. So, jetzt fragt er auch gleich erstmal wieder. Alles in Ordnung? Wir dürfen nicht zögern. Nicht aufgeben. Ja, nun geh doch. So, da hinten hatten wir auch schon mal eingekillt. Das ist also auch kein Problem mehr. Ich würde aber auch wieder anhalten und fragen. Eigentlich in Ordnung? Hm. Ich frage mal nachher bei dir selber, ob alles in Ordnung ist. Hehe. Ach, guck mal, hier sind doch noch welche. Dem hast du es gezeigt! Weltherr der Untoten! Zack! Zack! Komm ran! Oh, tu genauso. Der Snapper kommt da ganz lässig zum Fressen. Easy. Ich würde niemanden vermissen! So kann ich ihm jetzt schon sagen, dass die alle weg sind. Nö. Na gut, dann laufen wir noch am Mühe. Geh nicht zu nah an den Snapper ran. Bald haben wir los! Ja, dann geh doch. So, die da hinten hatte ich ja schon. Das könnt ihr jetzt problematisch werden hier. Ich hab dich in Stücke! Jetzt bist du da! Ah! Dem hast du es gezeigt! Beseit! Besiege den Dicken! Hä? Vertreibt die Bestie erhalten! Was ist das? Ach, Mist! Vertreibt die Bestie! Er hat ein Schwert oder irgendwie was? Nächstes Mal bist du dran, Mora! Ich werde dich töten! Ich mach dich fertig! Oh! Muss ich da nachgucken! Ach, Scheiße! Ah! 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 Ich hab's noch nicht! Ah! Wachs nicht noch einmal mich anzugreifen! Die Ehre liegt im Kampf! Die Untoten! Die Feldern der Untoten sind Geschichte! Sehr gut! Dann haben die Toten bei Gut gemacht! Gib! Ich will! Ja, Ruhe! So! Jetzt erstmal du tot! Du! Au! 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 So, stirb! Waffe weg! Halt deinen Maul, sonst leg ich dich um! So! Was haben wir da willkommen? Bese... Beseitige die Bestie oder vernichte die Bestie! Irgendwie was! War das vielleicht ein Zauber? Skelettbeschwören! Gewitterte Steintafel haben wir noch! Etwas über die Geschichte der alten Kultur! Mhm! Oder hier wieder irgendwas? Wäre nicht das erste Mal! Gift! Adanostrine ist klar! Haben wir sonst noch irgendwas einmal gefunden? Bille des Glücks ist klar! Drachenei auch! Trankwart anscheinend auch nicht! Banane! Worauf wartest du da noch? Also ich weiß, hier war was bei! Sag ich mal! Der hat vielleicht doch irgendwie... Ne Rezept für irgendwas? Ne... Hier irgendwas? Da vertreibt die... Na, sehr schön! Dein kleines Problem ist weg! Verdammt! Warum musst du immer mit solchen Aufträgen geben? Musst du mir immer solche Aufträge geben? Äh... Ich bin nicht der einzige, der hier schuften muss! Beinahe hätte es mich erwischt, das Scheißvieh! Darum habe ich ein paar Assassinen angeheuert, die das Vieh verfolgen sollen! Scheint hat er sich ziemlich weit im Osten der Wüste niedergelassen! Schau dir die Karte an, wenn du willst! Das sollte dir nun aber wirklich reichen! Die Sklaren können jetzt in Ruhe die Ruinen schürfen! Übrigens bin ich noch in Murasul! Die Assassinen lassen mich nicht zu dir! Bis du ihn 340 Goldstücke überbringen lässt! Äh... Mach bitte keinen Scheiß und schick das Gold! Echtes Problem! Bla bla bla! So und irgendwas war doch noch! Osten von Varand! Da soll irgendwas sein? Hm... Also könnten wir mal gucken gehen! Dann gehe ich jetzt erstmal nach Murasul wieder! Dann sage ich, dass ich die ganzen Dings gekillt habe! Die ganzen Wassermagier! Äh... Und dann gucken wir mal bei Al Shedimda im Osten nach! Äh, hier muss ich lang! Zack, zack! Und so! Ich springe, gute Nachricht! Wegen der Wassermag... Sprich schnell! Merdarion ist erledigt! Wunderbar! Auf dich kann man sich verlassen! Hier! Dein Lohn! Alle Wassermagier sind ausgelöscht! Damit bist du unserem Volk näher gekommen, als ich es bei dir vermutet hätte! Willkommen bei den Assassinen, Fremder! Auf das Billiard deine Taschen mit Gold füllen möge! Von mir bekommst du schon den ersten Bonus! Ich werde dein weiteres Vorgehen mit großem Interesse beobachten! Weiter so! 2.000 Gold! Na gut! So! Dann... ... ... ... ... ... ... Rom auch immer! Ist ja auch egal! Das sind die 10 Rohlinge! Aber jetzt werde ich erstmal nach Altstimm gehen! Und da dann im Osten gucken, was denn da für eine Bestie sein soll! Keine Ahnung! So! Morasul Altstimm! Warum sehe ich mich da selber nicht drauf? Okay! Relativ oberhalb! Vom... Vom Weg! Äh... Gib mir mal die normale Karte! Oder kann ich die dafür nehmen? Ne, nicht wirklich! Okay! Könnte aber sogar in die Richtung sein! In die Richtung einfach mal gerade durch! Dann mal gucken! Was uns erwartet! Ja, ganz ehrlich, auf die Viecher habe ich jetzt keinen Bock! Vielleicht sehe ich mich da ja doch noch irgendwann auf der Karte! Ach ne, kann ja gar nicht! Ich glaube weiter hier! Hier war ich doch schon mal! Ich kann mich an die Hütte da hinten erinnern! Was soll denn hier sein? Was soll denn hier sein? Hier ist doch nichts! Weil die Sekunde ist dann ein Drache! Ah! Speichern! Ah! Attacke! Nö! Ah! Ah! Hier habe ich extrem guten Schaden gemacht! Hier habe ich extrem guten Schaden gemacht! Und ich habe gar nicht so viel Mana verbraucht! Vielleicht habe ich die Lösung gefunden für unser kleine Drachenproblem! Okay! Ich glaube dreimal Blitz beschwören und dann ist das Vieh tot! Komm, lad hinter! Muss ich ausprobieren! Da ist ein Drache! Oh, Hayopeng! Äh! Einmal bitte die drei! So! Einmal! Zah! Okay! Moment! Kann ich noch nicht! Jetzt aber! Ah! Verdammt! Warum hat der mich jetzt getroffen? Ansonsten hat Ausweichen immer relativ gut geklappt! Okay! Ich brauche einen Trank! Ich hatte nur so viel Mana danach, weil ich in der Zeit regeneriert habe! Okay! Oder... Nee! Einfrieren wird man den nicht können! Oder ob man den einfrieren kann! Eiswelle! Na, es gibt ja gar keinen Dingsblock mehr! Ähm... Moment! Genau! Mana Tränke! Äh! Die Großen bitte! Zack! So! Dann! Drei! Nee, warte! Ich leg das nebeneinander so ein bisschen! Zack! So! Nee, das ist... Ja, obwohl! Nee, das ist scheiße! Ich will das auf zwei und drei haben! Du kommst auf zwei! Du kommst auf drei! So! Zwei! Attacke! Trinken! Zwei! Ah! Näh! Ah! 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 Manche davon haben Zielführung! Ah! Ah! Das ist gar nicht gut! ok wie mache ich denn dann also ich muss es mit magie machen man sieht ja ich habe keine chance gegen die die kann ich noch lange nicht anlegen da brauche ich noch 18 altes wissen mehr für das blocken bringt doch nicht allzu viel zeichen hat macht zwar ich brauche ja vor feuer da sind wir uns ja eigentlich glaube ich mal auch schutz vor feuer 20 ja das habe ich auch so 10 euer 10 adam aus krone macht gar nichts vor feuer ja dann gibt mir mal den die pd das macht fünf vor feuer das macht 30 das macht 35 dann gibt mir die okay so das macht vor feuer plus 10 genau dann versuchen wir mal so ja okay das bringt mir hier nix das bringt mir hier wat dann würde ich lieber mehr mana nehmen genau das ist das das ist das das okay der vielleicht mehr bringt ich meine 1000 sind 1000 und 1000 bleibt 1000 das kopf wie gesprungen wo sind hat hier hier 1080 1090 na gut ich werde mir noch mal die tränke hinlegen zack weil ich euch jetzt noch mal dann drei vielleicht doch näher ran oder weiter weg ich darf mich nicht bewegen ich muss trinken warum ist jetzt schon wieder voll geheilt verdammt ich und drachen ich hasse die viecher nach money ich probiere mal den meteor aus habe ich zwar wohl oder übel nur ein von aber naja ok 2 ist mana 3 ist der blitz hier ist trinken oder hole ich mir vielleicht noch verstärkung dazu habe ich aber auch nur einmal ich habe dort alles verkauft damals skelett beschwören was soll ich mit einem skelett armee der finsternis ich probiere das jetzt alles aus so dann dann hat jetzt das skelett gerade genießt ja dann 35 dann attacke dann hat er nicht interessiert ja das so scheiße ja nimm seine aggro ok hier 3 ruckel ruckel 2 3 ja ich habe einen drachen gekillt geil geschnittener schuppen block goldener schuppen block vier drachen eier und ein drachen herz ehre ihr seid ehre ok ich brauche immer einen der einfach die aggro von dem typen zieht geil alles klar dann also noch mal alle quests angucken so das sind die alle ist klar dafür muss ich nach hier zum kloster genau wo ist der guru führt uns glaube ich hier irgendwo hin ich glaube wir haben hier irgendwo man so eine art burgruine gefunden wo die trufe war die wir nicht öffnen konnten und das haben wir gemacht dann moment wird hier weitergeht weiß ich und das könnten wir auch probieren dem zufolge bin ich dafür wir gehen jetzt zuerst zum kloster und schmeißen die kelche ins feuer genau und warum ich speichere erstmal jetzt habe ich den drachen gekillt das mache ich zuerst weil hier in der wüste ist ja glaube ich soweit ich weiß nur ein paladin und den könnte ich dann direkt aufsuchen ja das dauert jetzt natürlich eine ganze weile wir reisen immerhin einmal ans andere ende der welt doch nicht so lange wie gedacht so bürger was irgendwas im inventar für mich ich glaube nicht da kann ich beide nicht wirken zack schließen dann bitte einmal hier lang so da schmeiße ich dann die kelche in feuer so 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 ich habe alle feuerkirche gefunden ich wusste du würdest uns nicht enttäuschen mein freund dann wirf sie jetzt ins heilige feuer schnell hier rein das waren alle du hast es geschafft mit den kelchen kannst du den paladinen ihre magie wiedergeben was hast du jetzt vor meine aufgabe hier ist erledigt wenn du willst kann ich dich ab jetzt begleiten mein freund sehr schön ok meiner 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 zu mal gleich wieder her die 12 von 1 so von 1 keine ahnung dann gehe ich jetzt aber mal kurz zum hammer klar macht hat noch mal mit dem stollen gehören h für hammer und hammer klar ich hoffe man hat dann in das schreit oder allgemein schein ist ich muss nämlich dafür mehr ausdauer haben so blöd kann man gar nicht denken glaubst du wirklich so hier bin ich hier ich bräuchte man schreien ich brauche ausdauer ich weiß komm ihr habt ihr doch sonst doch immer schreien zu stehen oder nicht ich brauche noch eine blaupause von einer rubin klinge ich bin klinge hat er gar nicht hat er auch nicht zu verkaufen ok dann muss ich mal bei einem von den anderen schmelzern gucken oder von den anderen schmieden das problem ist solange ich nicht mehr ausdauer habe kann ich die quest nicht machen ich glaube man braucht 200 ausdauer dafür und hier haben wir nun mal fast stecke ich da noch mal zwölf ich mache erstmal pause so der du bist mal wieder nicht hier der ist immer noch am a der welt rubin klinge bitte einmal zack 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 so dann brauche ich ein emboss zack dann einmal rubin klinge da brauche ich für gar nicht zu viel doch ein erz ruling und dafür brauche ich dann rein erz ruling das mist konnte uns nicht irgendeiner mal erz ruling herstellen ach komm hier eine rubin klinge zack schwert der ahn zack ruhe guck sp 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 Bis zum nächsten Mal.